deutsch sprechen die 30 tage challenge tag 1 warum diese challenge hallo hier ist iliana deine deutschlehrerin sprachpartnerin oder jemanden den du noch nicht kennst in den nächsten 30 tagen versuche ich selbst an dieser challenge teilzunehmen denn ich finde dass wenn man etwas anderen empfiehlt muss man es auch selbst ausprobieren deshalb bin ich auch da ich werde jeden tag eine kleine aufnahme also ein recording machen um dir von mir zu erzählen und heute geht es um meine angst vorm sprechen genau ich habe angst und ich hatte schon immer angst deutsch zu sprechen warum habe ich immer noch angst vor dem sprechen es sehr interessant die angst hat mich immer begleitet schon als kind es war die angst vor dem fehler machen aber nicht nur ich lerne deutsch seitdem ich 13 bin damals ging ich auf ein fremdsprachen gymnasium und musste ein jahr lang intensiv deutsch lernen vier stunden vormittags und drei stunden nachmittags dann noch mal drei vier stunden hausaufgaben machen und vokabeln pauken ich hatte zwei lehrerinnen die ganz streng unsere fehler korrigiert haben und jetzt im nachhinein denke ich mir dass das gut war ich bin dankbar für ihre korrekturen aber sie haben mir auch eine angst an erzogen die angst vor dem freien sprechen die angst vor dem fehler machen den fehler bedeuteten damals für mich eine schlechtere note jedes fehlende komma jeder rechtschreibfehler jeder falsche artikel jede falsche adjektiv endung zählte als minus 25 von meiner endnoten brutal war das aber gut das waren ja nur die schriftlichen aufgaben beim sprechen hört man ja nicht so deutlich die falschen endungen man versteht trotzdem was man sagen möchte warum hatte ich denn so viel angst vor dem fehler machen ich denke ist es die scham die angst vor der blamage was würden die anderen über mich denken wenn sie mich so hören wenn ich lange nach wörtern suche oder über einen ganz rundimentären wortschatz verfüge also nur einfache wörter benutze dann was was eigentlich ich habe nie weiter darüber nachgedacht was ich gedacht habe war ich möchte mich nicht blamieren ich hatte angst dass die anderen mich nicht so kennenlernen wie ich eigentlich bin dass ich nicht lustig genug sein kann dass ich nicht alles so ausdrücken kann wie ich möchte dass ich zu langsam zu langweilig oder sogar zu dumm klinge angst davor dass ich nicht das sein kann wer ich eigentlich bin kennst du dieses gefühl mit sicherheit ich glaube sind wirklich wenige menschen die sich noch nie für etwas geschämt haben und wir alle wollen meistens einen guten eindruck von uns hinterlassen also ein gutes bild von uns geben aber wie überfindet man das wie traut man sich trotz der angst wie macht man den ersten schritt überhaupt ich denke es gibt keinen ersten oder zweiten schritt für mich war jede konversation und jedes gespräch mehr oder weniger eine neue überwindung je nachdem mit wem man spricht überlegt man sich was man sagen möchte was sage ich jetzt wie sage ich es was hält die person von mir eins habe ich mit den jahren gemerkt es fiel mir immer einfacher mit ausländern zu sprechen da hatte ich plötzlich keine angst mehr weil ich wusste dass sie so sind wie ich dass sie mich nicht beurteilen werden denn sie machen auch fehler sie sprechen auch mit akzent sie kennen auch nicht alle wörter und sie verstehen mich einfach es geht es ist möglich die lustigsten und die besten konversationen auf deutsch hatte ich glaube ich mit anderen ausländern mit freunden oder mit bekannten von freunden die in deutschland zu besuch waren und gar nicht so viel deutsch gesprochen haben aber vor den deutschen war ich immer nervös viele sagten mir dass ich eigentlich erstaunlich gut sprechen manche waren neugierig wieso ich dann so gut deutsch spreche wenn ich gar nicht dort groß geworden bin es ist schön komplimente zu bekommen natürlich aber ich war und bin wahrscheinlich immer noch ein bisschen perfektionistin ich wollte perfekt sprechen und ich weiß dass der einzige weg dahin die übung ist man muss es machen egal ob man angst hat ob man sich schämt ob man es schon einigermaßen kann oder nur ein bisschen oder sogar schon ganz gut sobald man sich verbessern möchte muss man etwas dafür tun von nichts kommt nichts und deshalb auch diese challenge hier 30 tage deutsch sprechen regelmäßig ohne wenn und aber mein ziel mit dieser challenge ist meine erfahrungen mit dir zu teilen noch mal über alles zu reflektieren und mich in die lernenden hinein zu versetzen vielleicht fühlst du dich auch so wie ich vielleicht ermutige ich dich damit selbst auszuprobieren vielleicht inspiriere ich dich zu etwas anderem oder vielleicht nicht das werden wir erst am ende feststellen können bis dahin bleiben noch gute 29 tage denn tag 1 haben wir eben hinter uns jäh Fazit die angst ist da und die wird es immer geben in einer oder anderen form aber man muss es einfach machen einfach sprechen